Nun möchten wir den Temperaturverlauf berechnen, der sich unter der vereinfachten Annahme einstellt, dass ich stationäre Randbedingungen habe. Das heißt, ich habe keine Temperaturwechsel auf der Außenseite, ich habe keine Temperaturwechsel auf der Innenseite und einen stationären Wärmestrom in meinem Bauteil. Schauen wir uns unser Bauteil einmal an. Wir haben auch hier wieder einen Innenputz, Gipsputz, das tragende Mauerwerk, diesmal ein Kalksandstein, dann ein sogenanntes Wärmedämmverbundsystem, bestehend aus Wärmedämmung und einem mineralischen Außenputz inklusive Armierung. Die Wärmeleitfähigkeiten sind der Tabelle bereits zu entnehmen. Unter dieser Voraussetzung wird sich in jeder Schicht ein gleichgroßer Wärmestrom, eine gleichgroße Wärmestromdichte einstellen und der Temperatursprung in jeder Schicht wird proportional sein zum Wärmedurchlasswiderstand der Schicht im Verhältnis zum Gesamtwärmedurchgangswiderstand des Bauteils. So, wir können auch jetzt hier wieder beginnen, die Tabelle auszufüllen. Sie sehen, dass es hier eine erweiterte Darstellung ist. Neben den Bauteilschichten, der Dicke, der Wärmeleitfähigkeit, den Wärmedurchlasswiderstand der jeweiligen Schicht, finden Sie nun auch eine Spalte für den Temperatursprung in der jeweiligen Schicht und die Temperatur zwischen zwei benachbarten Schichten. Die hier grau hinterlegten Felder werden wir dann im zweiten Semester benötigen, wenn wir den Feuchtetransport bzw. die Feuchteverteilung in diesem Bauteil abschätzen möchten. So, beginnen wir nun, die entsprechenden Werte zu übertragen und wir können den Wärmedurchlasswiderstand der Schichten jeweils aufaddieren und erhalten den Wärmedurchgangswiderstand des gesamten Bauteils mit 4,425 oder auch den Kehrwert, das entspricht dem U-Wert von 0,266 Watt pro Quadratmeter Kelvin. So, wenn wir uns das noch einmal vor Augen führen, dann wird es unter stationären Randbedingungen so sein, dass sich der Temperatursprung in der jeweiligen Schicht exakt proportional verhalten wird zum Wärmedurchlasswiderstand der Schicht im Verhältnis zum Gesamtwärmedurchgangswiderstand. Das heißt, wir können den Temperatursprung einer Schicht berechnen, indem ich das Verhältnis bilde aus Wärmedurchlasswiderstand der Schicht zu meinem Wärmedurchgangswiderstand des Bauteils bzw. Wärmedurchlasswiderstand der Schicht multipliziert mit dem U-Wert des gesamten Bauteils und erhalte so zum Beispiel für den inneren Übergangswiderstand ein Verhältnis von 0,029 oder der innere Übergangswiderstand entspricht 2,9 Prozent des Gesamtwärmedurchgangswiderstandes. Und jetzt kann ich hier raus, wenn ich die Gesamttemperaturdifferenz kenne, in unserem Beispiel beträgt diese 25 Kelvin, kann ich nun den Temperatursprung Delta Ti hier raus berechnen, indem ich den Verhältniswert mit der Gesamttemperaturdifferenz multipliziere und komme hier auf einen Temperatursprung von 0,734 Kelvin. Das können wir jetzt oben eintragen. Das heißt, der Temperatursprung von der Raumlufttemperatur zur Oberfläche hin, also im Bereich des inneren Übergangswiderstandes, wird 0,734 Kelvin betragen. Das kann ich jetzt nun in gleicher Weise für die übrigen Schichten tun. Wir sehen hier schon, was auch nicht überraschend ist, dass der größte Temperatursprung natürlich im Bereich der Wärmedämmung stattfinden wird, das heißt, der Schicht, die den größten Wärmedurchlasswiderstand aufweist. Aus diesen Temperatursprüngen kann ich nun wiederum die entsprechenden Grenzschichttemperaturen berechnen, das heißt, ich starte auf der Innenseite mit meiner Raumlufttemperatur. Das sind hier in dem Beispiel plus 20 Grad Celsius. Abzüglich der Temperaturdifferenz des inneren Übergangswiderstands 0,734 ergibt die Oberflächentemperatur von 19,266 Grad Celsius. Für die Grenzschicht zwischen Innenputz und Kalk-Sandsteinmauerwerk setze ich nun diese Temperatur an, abzüglich der Temperaturdifferenz im Bereich des Gipsputzes und erhalte eine Grenzschichttemperatur von 19,153. Das kann ich nun für alle Grenzschichten durchführen. Und die Kontrolle zum Schluss. Ich muss wieder auf meine Außenlufttemperatur von minus 5 Grad Celsius gelangen. Das ist hier der Fall und ich weiß, dass ich keinen Fehler gemacht habe.